Das ist Berlin. Das ist dein Name. Ja. Okay, und das ist Oliver, unser Übersetzer heute. Ja, stell du sie doch mal vor. Ja, das ist Berlin Filippo, eine Schülerin, 16 Jahre alt, aus den Marshall-Inseln, die zurzeit hier in Deutschland in Freiburg studiert, mit einem Stipendium für zwei Jahre am Robert-Bosch-College, als eine junge Frau aus den Marshall-Inseln, die dann in Zukunft wie auch ihre Vorgängerin dort auf dieser Stelle in die Welt hinausgehen wird, um den Menschen zu erzählen über die Herausforderungen ihrer Inseln, Klimawandel und natürlich die Folgen der Atomtests, so wie es auch in dem Film, über den wir heute sprechen, geschehen ist. Wie bist du zu der Arbeit gekommen? Also was für eine Funktion hast du? Ja, ich selbst, mein Name ist Oliver Hasenkamp, ich bin Vorsitzender von dem Verein Pazifik-Netzwerk, ein Verein, der das Ziel hat, in Deutschland über die Herausforderungen, die es im Pazifik, der ja für uns hier in Deutschland sehr, sehr weit weg wirkt, zu informieren, auch die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu fördern. Und dieser Verein ist 1988 gegründet worden, vor allem mit dem Ziel, damals gegen die Atomtests in Französisch-Polynesien zu protestieren. Und bis heute sind die Folgen der Atomtests dort und in den Marshall-Inseln, neben anderen Themen wie dem Klimawandel, Tiefsee-Bergbau, Ressourcen-Ausbeutung in der Region, die wichtigen Themen unserer Organisation, für die wir uns hier einsetzen. So, my first impressions of coming here to Germany, I was pretty amazed by all the beautiness of its architecture and its farmlands and how greenery it is. It's pretty overwhelming to be in a place where there's a lot of people in it, coming from a place where there's only 53,000 population of the Marshall Islands. And the background of my name is, it was a combination of my four siblings' name. So, I have two brothers and two sisters. Their names start with B-E-R, two of them, and then the other two starts with L-I-N. And they combine them together and ended up being Berlin. And when I found out that I got accepted to a school in Germany, I knew that my name would somehow be talked about amongst all Germans and be asked about, oh, why is your name Berlin? Do you know that it's the capital city? And coming here to Berlin and seeing my name all over, maybe hotels or like companies, bathpacks, merchandise, I'm kind of weird about it because it's my name, but then it's also pretty amazing that I got my name from a city, which my parents didn't realize until later on. Ein kurzes Statement noch zum Film, was in der Film bedeutet. So, maybe one last short statement on what does the movie mean to you? Kathy's movie, Unointed, really moved me, really inspired me to really focus more on stopping nuclear testing. And I admire Kathy for doing great videos, poems, showing it to all the world, walking around, traveling around each country, talking about the Marshall Islands, being an activist. She's pretty amazing. She inspires me, not only me, but the whole Marshall Islands. And I admire her for that. Kannst du es kurz nochmal zusammenfassen? Ja, kurz nochmal auf Deutsch zusammengefasst. Sie hat gesagt, dass der Film sie sehr beeindruckt, sie auch inspiriert zu dem Thema weiterzuarbeiten und Menschen darüber aufzuklären, über Nuklear-Testing, also den Test von Nuklearwaffen nachzudenken und über die Folgen nachzudenken. Und dass Kathy nicht nur sie inspiriert, sondern eigentlich die gesamten Marshall-Inseln als eine starke Frau, die in die Welt hinausgeht, der Welt über diese Herausforderungen erzählt, in Gedichtform, also auch auf eine sehr, sehr künstlerische Art und Weise, die die Menschen sehr, sehr stark berührt. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Ich hätte jetzt noch Fragen, wie ihr das Festival gefallen hat, aber wir haben die Zeit nicht. Wir müssen das privat fortsetzen. Also, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, sehen, anderen zurück und ich danke euch. Ja, vielen Dank. Schöne Zeit noch in Berlin. Tschüss. Danke. 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 Vielen Dank.